Bist du da? Äh, hier, Sprachbox, Dingsbums, Telefon, Geister, Abhörgerät, ihr wisst schon. Wie du hast ja einfach alles gesagt? Kann dir mal ein anderes Zeichen geben als diesen Quark? Hä, und was willst du jetzt machen? Ich hab das Auto wieder ausgemacht, hä? Bist du ein Mann? Oh, das war ein Kind, war ein Kind. Tschüss. War ein Kind, ich bin raus, tschüss. Äh, bei mir hat es gerade geleckt. Ist dein PC schon wieder heiß? Ein bisschen warm. Loll, das war gerade ein krasser Leck. Ich hab Videobeweis. Äh. Schon mal da an gedacht? Ich hab ein Sägeblatt. Ähm, Eik, 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 Eik. Lauf! Ich hab ein Sägeblatt. Och, der kommt von der Seite auf einmal. Guck mal. Guck mal, gegenüber dort, der Hebel, den müssen wir irgendwie runter. Siehst du denn? Das war nur geraten. Ich glaube, ich hab mein erstes. Hui! 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 Hui, Hui. Boing, boing, boing. Wo, verdammt nochmal, ist die Hose gelandet, die ich gerade bekommen habe. Ich glaub, mein Inventar ist zu voll. Noch ein Piepsvögelchen und du wirst es bereuen. Pieps, Pieps, Pieps. Der Aufseher Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Da sind wir gestorben. Wir holen uns natürlich das Zeug wieder. Hallo, Rabe. Rabe. Das sieht mir aus wie ein Werwolf im Krähenkostüm. Wir können ja mal gucken, ob wir das abschießen können. Okay, ich fang erstmal an zu frieren. Das ist sehr nice. Und das ist ein Werwolf. Der hat gerade gejault und... Ja... Alter! Und wir machen dem kaum Damage. Äh. Äh. Ähm. Lol, hier ist ein Geist! Was? Da kam ein Geist! Das verhält sich wahrscheinlich so wie mit dem Zinn vorkommen. Die ist richtig nice. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ja? Ach du Scheiße! Wie soll man den dauernd kriegen? Den dohlen? Äh, ich hab den gerade angegriffen. Einfach gar nicht. Oder mit Eisensachen. Das glaube ich auch. Denfalls verabschiedet er dich von deinem Leben, wenn du nicht schnell genug wegkommst. Aber ich hab durch den jetzt Bogenstufe 18 erreicht. Ich schluck den jetzt ins Festland rein. Der ist gar nicht so schnell. Da ist der Knochenboss! Äh, Knochenwanz! Hü! 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 Okay, schubse ich dich ins Wasser. Oh Gott, ne bloß nicht. Ich hab's sogar versucht. Ich wollte dich nur zwischen die Bäume schubsen. Ich rufe mich ins Wasser, wo ich trappiere überhaupt. Du bist da hingerannt. Da wollte ich dich dann einfach ins Wasser schubsen. Der Feigling! Ich überleg gerade. Erstens, weißt du ungefähr wie groß du bist. Und zweitens, äh... Äh, warte mal. Spawn der, also spawn der gleich wo du da bist. Also muss ich schon draufziehen. Opfergabe Unfall... Scheiße, wir brauchen 10 Knochen. Steht da. Ich hab... Ich hab nur 3. Ne, keine Chance. Nein! Also Gold krieg ich nie und nimmer. Ich bin ja sowieso gleich tot. Keiner hat gesehen, was passiert ist. Du darfst entzünden. Ich darf entzünden. Und der, die jetzt am wenigsten Tode hat, darf reingehen und gucken, ob die Dings schweben. Ich hab Bauressourcen... Ich hab Bauressourcen dabei, um es zuzubauen zur Not. Ich muss dann erstmal den Properties dem Nether anstalten. Scheiße! Ach, nein! Melvin, ich mach dich. Tyrox, Tyrox, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Du kennst unser Ritual, oder? Ach, nein, nein! Lass mich da raus, lass mich da raus, lass mich da raus! Hör auf, Tyrox, hör auf! Ich krieg die Haltungs nicht wieder am Anfang, lass mich da raus, also. Aber du wusstest gleich, was los war. Ja, natürlich.